Wir sind im Verbotenen Land auf der Suche nach dem Drachenblockierstab und werden jetzt mal gucken, was hier so abgeht. Wir kennen die Technik der Wingleys, hier wird es sehr viele von diesen grünen Plattformen geben, denke ich mal. Und jetzt, gucken wir mal, wo es lang geht, Gegenstände habe ich alle voll, das ist blöd. So, meine Truppe ist bekannt, Dart, Albert, Kongol, die stärksten die ich habe. Und da geht's los, grüne Plattformen noch und nöcher, ich werde auf diverse Kisten scheißen, denn ich habe ja alle Gegenstände voll und Geld und Waffen brauche ich jetzt ehrlicherweise nicht wirklich. Deswegen lasse ich das mal sein. So, ich gucke mal, wo geht's denn hier so lang? Ich laufe jetzt hier mal einfach blind durch. Wie gesagt, das letzte Mal waren fünf Jahre her, deswegen, ich weiß nicht mehr genau, wo es hier lang geht. Wir werden einfach mal ein bisschen rumschauen und gucken. So, wenn ihr bei sowas jetzt vom Zufallskämpfen genervt werdet, das würde euch so abfacken, meinen Freunde glaubt es. Ah, guck mal, ich bin direkt richtig. Ha! Als ob ich es noch nicht gewusst hätte hier, du. So, was haben wir hier? Eine so große Fläche. Das ist ein Kolosseum, so eine Kampfarena. Wofür sie wohl gedient hat. Kongol riechen Blut, wahrscheinlich. Ha! Siehste? Ha! Blut und eine große Fläche. Klingt wie ein Kolosseum. Hm. Ich bin wohl allwissend. Das war es auch. Mhm. Das habe ich vom Uran gehört. Vor langer Zeit war hier das ein Kolosseum, aber hier fanden keine normalen Kämpfe statt, die man gewinnen oder verlieren konnte. Hier gab es Kämpfe auf Leben und Tod. Wingnis genossen einfach von oben den Anblick. Von Kämpfern, die aus den unterdrückten Menschen, Drachen und einigen Gigantos ausgesucht wurden. Ich bin eine Nachfahrin dieser Wingnis. Der Uran hat uns doch gesagt, dass sie Ruinen wären, oder? Was hier geschehen ist, gehört der Vergangenheit an. Wie groß der Schmerz auch gewesen sein mag, es ist nicht mehr unser Schmerz. Stimmt doch, oder? Du musst dir keine Vorwürfe machen, Mero. Die Sünden der Vergangenheit dienen uns nur als Warnung, sie nicht mehr zu wiederholen. Sei nicht traurig. Lass uns weitergehen. Na endlich. So. Das ist jetzt echt ziemlich blöd gelöst. Hier geht es immer von links nach rechts, von links nach rechts, von links nach rechts. Das hätte man auch anders machen können. Aber gut. Gibt es auch keine Kisten eigentlich. Schade. So, hier gibt es keine Stardusts, denn das ist ein Ort an dem wir nicht mehr zurückkehren können. Das heißt, Stardust gibt es glaube ich nur an Orten, wo wir wirklich später nochmal hin können. So, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Oh, oh, oh. Speicherpunkt. Und was ist das Pinkela unten? Ich werde mal speichern. Einfach nur vorsichtshalber. Hier. Hier. Ne, halt. Ich mach mal hier. Sicher ist sicher. Ne? Verbotenes Land. So, ich guck mal, was ist das hier eigentlich? Ist das hier? Ach, hier werde ich geheilt. Das ist schön. Und wo geht es hier hin? Noch da unten. Und was ist da? Was ist denn das? Das sieht aus wie ein Siegel, wo sich alle diese Dinge bekämpfen, um das Siegel zu brechen? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ah, okay. Der ist weg. Ein Siegel ist auch weg. Was ist denn das für ein Teil? Stimmt. Das muss. Das Siegel dafür sein. Wir können weitergehen, wenn wir alles vernichten. Okay. Verstanden. Na gut. Okay. Dann machen wir das doch mal. Bam. Tschüss. noch eins. Äh, noch zwei. So, wo muss ich jetzt hin? Nach da unten. Ja. Und dann nochmal nach da oben. Weil da wäre ich mir besser zu essen gegangen. So, ein Siegel habe ich noch und ich glaube jetzt wird das Ding mich erwischen, oder? Ah, ah, fast. Ja. Okay. Na gut. Oh, neue Kampfmusik. Oh, das sieht doch nicht so gefährlich aus. Nö. Ist es tatsächlich nicht. Was gibt's denn für das Ding? 99? Wow, das ist ja richtig viel. Alter. So. Ne, du kriegst mich nicht mehr. Ja. So. Siegel gebrochen. Und das Teil ist auch weg. Sehr schön. Kann ich jetzt da rein ohne von den Dingern? Ja, kann ich hier hoch. Da. Und da. Ja, cool. Das ist die Frage, wo käme ich jetzt aus, wenn ich da oben lange laufen wäre? Und wo bin ich? Ist das hier optional? Muss ich das gar nicht machen? Alles nicht. Da ist ne Kiste. Okay, an die komme ich nicht ran. Da will ich auch gar nicht, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob das hier optional ist. Oder ob ich da oben hätte lang laufen können. Oder vielleicht sogar müssen. Also am Speicherpunkt nach oben laufen müsste. Warte mal gucken mal. Wo bin ich denn jetzt? Ne, das sieht mir doch schon so. Das sieht mir aus, als müsste ich hier lang. Was ist denn hier? Da komme ich noch nicht durch anscheinend. Gucke ich mal hier rein. Da ist der Stab. Moment. Gucke ich noch mal ganz kurz, was da oben war. Weil hier ist ja schon der Stab. Und da komme ich nicht ran. Okay. Also war das der richtige Weg? Ne, wisst ihr was, Freunde? Ich laufe noch mal ganz kurz zurück. Denn ich möchte gerne wissen, ich könnte jetzt auch genauso gut den alten Speicherstand laden. Ja, könnte ich. Aber ich laufe noch mal ganz kurz zurück, denn ich glaube nicht, dass das hier schon das Ende war. Ich bin mir fast sicher, dass es hier noch einen zweiten Kampf gab. Und zwar gegen einen Garage. Ich möchte nur wissen, was da oben war. Ich muss jetzt zwar diesen ganzen Scheißweg noch mal zurück, ja. Aber ich will hier echt alles mitnehmen. Und wenn ich jetzt einen Kampf verpasse, der mir jede Menge Erfahrungspunkte beschert, dann kann ich hier eigentlich wieder hoch. Kann ich glaube ich gar nicht, ne? Scheiße. Scheiße. Ich kann hier gar nicht hoch. Ähm. Moment. So, komm. Bild wieder da. Mhm. Ähm. Ich werde nochmal ganz kurz hier einen Schnitt machen und gucken. Ich habe ja da gespeichert. Ähm. Ich bin gleich wieder da. Momentchen bitte. So, Freunde. Zurück am Speicherkristall. Ich laufe jetzt mal kurz mal hier oben. Denn ich, wie gesagt, bin mir sicher, dass ich was übersehen habe. Oh, was ist das? What the fuck? Oh, was ist das? What the fuck? Wir kommen nicht vorwärts. Wir kommen nicht vorwärts. Aber ich glaube nicht, dass das hier bloß eine Sackgasse ist. Na dann mal los, Hushel. Hm. Es klappt nicht. Ich glaube nicht, dass die Winglings vorgesehen hatten, dass man sie mit einer Faust öffnet. Wahrscheinlich hast du recht. Vielleicht haben ja die Zeichnungen an deinen Eingängen was damit zu tun. Dann probieren wir mal ein bisschen rum. Okay. Also. Was ist das hier? Das Rechte weiß ich nicht. Das hier könnten Winglings sein. Das hier könnten Dragoons sein. Das hier sind Gigantos. Das hier sind Drachen. Ich mach mal einfach irgendwas an. Okay. Das ist es schon mal nicht. Oh. Das ist jetzt blau geworden. Kann ich jetzt noch irgendwas... Was soll alles in der Welt diese Zeichnung bedeuten? Genau. Das sind Gigantos. Kongo denken, das ist ein Gigantos. Was? Möglich das wäre. Oh. Das muss es sein. Dann sind das hier Winglings. Ah okay. Dann sind das Dragoons. Da wo raus hingeht. Äh Drachen. Sind das Menschen? Ne das sind Minithos. Okay. Und was ist das? Dragoons? Menschen? Sind das Menschen? Okay. Und was ist das? Und das habe ich schon gemacht. Aber was ist das? Vielleicht Winglings. Bis auf diese Zeichnung alle Bilder intelligenter Arten zeigen, die vom göttlichen Baum ins Leben gerufen wurden. Oder? Es müsste der Schlüsselsohn sein. Okay. Vielleicht ist dann die Reihenfolge entscheidend. Was? Äh. Das hier waren... Was war das? Ich weiß, ich frage mich, was war zuerst da? Waren die Drachen zuerst da, ne? Dann ist es dann das hier. Nein. Okay. Jetzt kommt die auch noch. Mensch, was ist denn los? Was ist los? Wenn diese Zeichnungen eine Art Code sind, frage ich mich, ob es eine Bedeutung hat, in welcher Reihenfolge wir eintreten. Vielleicht in der Reihenfolge, in der unsere Arten auf der Welt erschienen sind. Ja, genau. Die erste dieser Arten, die das erschaffen wurde, ist... Mein Drachen, oder? Ah, da wäre ich ja falsch. Rose hat gesagt, diese sieht nicht nur einer intelligenten Art aus. Dann müsste dieser Eingang die erste sein. Okay, nochmal. So, was habe ich jetzt probiert? Hier, Drachen. Ich probiere mal diese Minitos-Dinger da. Nein. Dann probiere ich das mal. Auch nicht. Ja, doch. Die erste Art war Gigantos. Dann kamen die Minitos. Okay. Jawoll. Dann kommen die Minitos. Jo. Dann vielleicht die Drachen. Jo. Dann Dragoons. Und dann Menschen. Nee, das war schon mal falsch. Okay. Dann zuerst die Menschen. Ja. Und dann Dragoons. Oder sind das Wingis? Ich weiß es nicht. So. Jetzt haben wir es geschafft. Und what the fuck ist das? Was ist das? Ein Aufzug. Oha. Haha. Ich wusste es. Eine Sackgasse. Bist du sicher? Wir müssen zurück. Wartet. Das ist ein Virage. Ich weiß nicht, ob wir da hingekommen wären, wenn wir sofort zum Stab gegangen wären. Das weiß ich nicht. Deswegen. Nimmt am besten den Weg geradeaus mal einfach zuerst. Wir müssen den Stab ja ohnehin holen. Sonst kommen wir ja storytechnisch gar nicht weiter. Deswegen. Ähm. Ich denke mal, dass der Virage hier optional ist. Aber gut. So. Ich habe jetzt gar nichts gelesen hier. Deswegen. Auf jeden Fall ist es hier eine Sonderart der Virage. Äh. Kein schöner Anblick. Ja, das sind Virage eigentlich nie. Aber wir dürfen gegen ihn kämpfen. Und das erfreut mich doch sehr. Das erfreut mich sehr, sehr, sehr. Wenn das eine Sonderart ist, gucken wie das aussieht. Hm. Was ist das denn für ein Ding? Oh. Anscheinend haben wir es geweckt. Was ist denn das für ein Teil? Alter Schwede. Och. Das ist ja niedlich. Das geht ja. Verbleibende Leben 10. Hä? Oh. Okay. Ich habe nichts gesagt. Darf ich jetzt auch mal angreifen? Hallo. Darf ich auch mal? Hat er wieder mehrere Teile? Kopf, Arm, Rumpf. Okay. Der Arm ist zuerst, würde ich sagen. 612. Der Berserker ist scheiße. Echt. Ich greife mit dem nicht mehr an. Mit Dart werde ich mich einfach nur schützen. ich könnte mir so viel geilere charaktere mitnehmen verbleibende leben neun muss ich so oft angreifen bis der null hat oder verstehst du nicht wirbel tanz besser angriff was heißt denn das oder muss ich den fertig gemacht haben bevor er null erreicht weil er sonst eine mega special monsterattacke auspackt die mich in sehensalz befördert ich habe keine ahnung also fakt ist wenn der arm weg ist packe ich meinen dragoon spirit mal aus also bei allen und zeigt dem was eine hake ist jetzt wird es mal zeit für eine heilungsbrise am liebsten von dart natürlich verbleibende leben sieben das hier ist halb tot auf kongol danke stärkste abwehr überhaupt so heilungsbrise bitte noch sechs muss ich ich weiß es nicht mehr der arm ist gelb immer noch er ist rot sehr schön so ne komm 5 ok noch einmal wahrscheinlich kommen da doch auch noch mal bist du manchmal tot jetzt abend jetzt aber oder der arm ist weg so jetzt wird es zeit letzter angriff ich habe ja 80 hp und das letzte ist noch 30 ja da kann ich ja zweimal letzter angriff fahren geile scheiße jetzt ich habe ja ich habe ja es kann ich habe ja mir ist Und, 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 und? Über 1000, komm. Hohohoho, geil. 1287, so, du machst mal bitte Atem rauf. Ja, auch ganz hübsch. Noch drei Leben. Kometenschlag auf alle. Er ist immer noch blau, scheiße. Na gut, okay, komm. Oh, 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 oh. Vielleicht wird er jetzt gelb, mal gucken. Nichts, nein, du bist. Der Blütensturm oder was? Der ist immer noch blau. Leck mich doch, ey. Ich weiß nicht. Jetzt habe ich aber alles rausgehauen, was ging. Mehr kann ich gerade nicht machen. Das macht mir gar nichts. So. Immer noch blau. Oh, ich muss das machen. Geil. Noch eins. Ich weiß nicht, was das heißt. Kommt jetzt ein Mega-Super-Special-Attack oder... Keine Ahnung. Gut, dass ich ein Dragoon bin. Das ist nämlich die Abwehr. So, du hörst noch mal nochmal an, bitte. Perfekt. Boah, geil. So, was ist das jetzt mit dir? Er ist gelb. 560. So, Albert hat jetzt glaube ich Dragoon-technisch erwischt. Jawohl. Das heißt, er dürfte wieder heilen jetzt, Gott sei Dank. So, er ist immer noch gelb. Das war's auch für Dart. Das war's auch für Dart. Was heißt das? Oh, oh. Oh, Albert kriegt keine... Oh, das ist aber scheiße. Ach, Mensch. Na ja, gut. Am Ende. Rotäugiger Drache. Ich bin Dragoon-Level 5. Das ist doch geil. Schade mit Albert. Das ist echt blöd. Hm. Na ja, gut. 4000 fand ich jetzt auch nicht die Welt für so ein fettes Teil. Da habe ich... Ja, eben für Kamui mehr bekommen. Da habe ich das Doppelte gekriegt. Warum wachen wir reichs auf, wenn wir in der Nähe sind? Tja, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Der Uran hat nie von diesem Vieh erzählt. Heißt das, dass sie nicht nur auf Shana reagieren? Hm. Shana. Ich weiß immer noch nichts über das Geheimnis, das Shana umgibt. Wir haben keine Wahl, als weiterzumachen. Kommt, auf geht's. Das ist richtig. So, jetzt hat sich da vorne ein Weg geebnet. Ich hoffe, ich komme jetzt noch mal zum Speicherkristall zurück. So, für dich gibt es jetzt Nebel. Für Dart auch. Und dann geht es weiter. Also, das fand ich jetzt echt ein bisschen wenig. 4.000? Ah, ne. Hier bin ich. Ach, guck. Ah, ich verstehe. Jetzt ist da unten der Weg zu. Interessant. Es gibt also zwei Wege. Dann war der Virage auf jeden Fall optional. Das heißt, ihr könnt ihn machen, ihr müsst ihn nicht machen. Wenn ihr schlau seid, macht es nicht wie ich. Und verwandelt euch direkt in Endergoon. Damit dieser Counter da nicht runterläuft. Und jetzt geht es zum Drachenblockierstab. Da ist er. Das ist er. Sieht ja nicht sehr beeindruckend aus. Sollen wir wirklich damit den Götterdrachen aufhalten? Man kann doch die magische Kraft eines Gegenstandes nicht an seiner Größe erkennen. Die Macht dieses Stabes allein hat den Götterdrachen über 10.000 Jahre gefangen gehalten. Verstehe. Wenn wir diesen Stab also mitnehmen und ihn bei der Verteidigung der Hauptstadt einsetzen, ist uns der Götterdrache nicht gewachsen. Er wird nicht so leicht. Es wird nicht so leicht, wie ihr vielleicht denkt. Der Götterdrache ist nicht wie andere Drachen. Selbst mit dem Stab und unserer Macht als Dragoons müssen wir froh sein, wenn wir ihn wieder einsperren können. Und Lloyd zähmt ein solches Monster? Jetzt wo du es sagst. Ich glaube nicht, dass das geht. Der Götterdrache würde sich nie ergeben. Sie konnten ihn auch nicht töten. Deshalb haben sie ihn eingesperrt. Das würde Lloyds Fähigkeiten weit übersteigen. Bedeutet das, dass Lloyd noch nichts unternommen hat? Vielleicht kann er nichts tun. Es gibt noch keine Anzeichen, dass er hinter dem nächsten Göttermond-Artefakt her ist. Das Mond-Artefakt. Ihr habt es in Milt-Sessau, oder? Ein göttliches Artefakt, dessen Name mit Mond anfängt? Ich will nicht darüber reden. Weshalb? Das geht euch nichts an. Konzentrieren wir uns jetzt darauf, wie wir den Stab zurückbringen können. Ich glaube, Mero holt ihn jetzt. Mit Mingli-Kräften. Okay. Ja. Ja. Oh. Was ist denn jetzt? Oh. Liebe Leute. Der nachfolgende Kampf ist der schwerste. Ich will nicht sagen überhaupt, aber bis jetzt. Denn dieses Teil, großes Juwel, greift ausschließlich magisch an. Es hat logischerweise keine physischen Attacken auf Lager. Es greift nur magisch an. Wir brauchen eigentlich Dragoons, äh, Dragoon-Power. Dummerweise habe ich jetzt fast keine MP mehr. Ich könnte allerhöchstens, äh, ja mit Dart bin ich ja quasi mit zwei Angriffen direkt am Start. Ich sammle ja 200 SP pro Angriff, wenn ich den richtig ausführe, so nicht so wie gerade. Es wundert mich, dass ich jetzt hier direkt angreifen darf. Denn eigentlich macht er direkt, ah, 612, geil. Äh, macht direkt einen Zauber. Und wenn das jetzt hier kommt, dann zaubert er. Und zwar nicht von schlechten Eltern. Achtung. Kongol hat eine richtige scheiß magische Abwehr. Ich muss aber angreifen mit ihm. Denn er hat mit einer der stärksten Angriffe. Ja, das muss ich tun. Ich muss mit Dart heilen. Du bekommst, äh, ne. Oh, ich hab mal Regen. Sehr schön. Das muss auf Kongo. Der Regen, ähm, gibt uns allen. 100% unserer HP zurück. Oh oh. Wenn das Zeichen kommt, bereitet euch gut auf einen richtig krassen Angriff vor. Oh oh. Kongol ist jetzt tot. Boah. 820. Richtig krasses Teil, dieses Ding. Richtig krass. Und es kann auch, glaube ich, unsere... Es kann uns verlangsamen, glaube ich. Oder unsere Stufe zurücksetzen. Irgendwas kann das Ding. Ich weiß es nicht mehr. Was hat sie jetzt gemacht? Stufe verloren. Genau. Ja gut, eine Stufe. Und zaubert direkt hinterher. Das ist richtig asozial. Was habe ich denn? Viermal Nebel. Oh, sechs Tränke. Dann gebe ich Kongol mal einen Trank. Ich glaube, die Tränke verballere ich zuerst. Denn die sind nicht so wichtig. Oder... Ihr wisst, was ich meine. Ich habe ja Regen und Nebel noch. Und Brise. Scheiße, verdammte Kacke. Das darf euch echt nicht passieren. Am besten nicht dabei reden. Ihr müsst da wirklich 100% aufpassen. Albert muss angreifen. Höchste Konzentration beim Angriff. Wirklich. Das muss passen. So. Eine Brise für alle. Und jetzt Kongol, bitte. Boah. Alter, Fifi. Er ist zwar schon gelb, aber... Ich hoffe, Dart darf jetzt nochmal ran. Denn ich muss heilen. Jawohl. Noch eine Brise. Das Teil ist echt heftig. Aber noch eine Stufe zurück. Scheiße. Und dann zaubert er nochmal. Wetten. Das Teil ist echt heftig. Über 1000, 100 Pro, trotzdem saugefährlich, ja sorry ich muss angreifen. Auch nicht mehr der stärkste Angriff, was ist das denn jetzt, was, der Wichser kann sich heilen? Das ist ja wohl ein Witz. Das wusste ich auch noch nicht. Scheiße nochmal. Wenn ihr hier bloß nicht den Fehler und verwandelt euch alle in Ragoons, ihr könnt euch nicht heilen, Freunde. Und das ist hier überlebenswichtig. Oh, oh, scheiße. Was ist jetzt Risiko? Mache ich Risiko oder greife ich an? Also mache ich Risiko oder heile ich mich. Ja, ich heile mich lieber. Noch zweimal Brise. 204 Punkte. Oh, das geht nur auf Dart. Das ist, das ist, das ist cool. Das darfst du gerne machen. Nur nicht auf Kongol, ey. Der, uh. Wobei auch das jetzt wahrscheinlich. Ja, das ist noch vollkommen okay. Alles easy. So, ich bin mit Dart schon mal voll. Das heißt, ich verwandle mich gleich mit ihm. Du brauchst noch ein bisschen. Ah, wieder eine Stufe runter und noch ein Zauber. Mann. Und auch der. Und auch der Stärkste, den er hat. Hust dich. Das ist richtig. Hust dich. In der Stärkste, den er hat. Ja, ich weiß noch will. Entschuldigung, der Stärkste, am � estargert. Ja, ich weiß noch nicht. Ah. Das ist richtig. Abschuldigung, der Stärkung ist. Entschuldigung, wenn wir die Stärkste und die Stärkste. Letzte Brise. Letzte Brise. Ich bin auch dämlich. Ich kämpfe gegen den Drachenblockierstab und verwandele mich in den Dragoon. Also, das muss dir erstmal einfallen. Oh, er ist rot. Okay. Meine Abwehr ist gesunken und zwar richtig. Habe ich das richtig gelesen gerade? Ich mache jetzt mal einfach Explosionen. Explosionen! Okay. 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 10! 10! 10! Da lacht er drüber. Jetzt bin ich mal gespannt, was Dart abkriegt. Okay. Wenn ich jetzt verkacke, bin ich beim nächsten Mal schlauer. Das geht auf Albert. Okay. Ja. Ist okay. Ist vollkommen okay. Kongol, darfst du auch nochmal? Na komm, was soll ich jetzt mit dir machen? Ich muss ja irgendetwas tun, ne? 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 Wahrscheinlich 8. 23. Geil wäre, wenn er jetzt gestorben wäre. Aber jetzt, wenn es auf alle geht, dann ist Dart tot. Ja, es geht nur auf Dart, oder? Ne, auf alle. Boah, der hat aber auch Sachen drauf. Oh, das geht aber noch. Hätte ich jetzt für schlimmer mir vorgestellt. Obwohl beim nächsten Angriff... Ah, boah, das ist jetzt schwierig. Ich mach Risiko. Oh. Oh. Geil. Wirkung ist nach... Ich darf nochmal? Wenn es mir dran geklappt. Hätte ich jetzt den Perfekt gehabt. Schade. Hätte ich jetzt den Perfekt gehabt. Schade. Yes! Nein! Das ist nichts. 1. 9000. das lass ich mir noch gefallen. Da ist er. Der Blockierstab. Geile Scheiße. Wir wussten nicht, dass es einen Wächter gibt. Der Uran hätte uns warnen sollen. Das wusste ich auch nicht. Schnell zurück. So, wir sind von da oben gekommen, richtig? Wir müssen jetzt glaube ich hier rechts. Dann kommen wir sofort zum Eingangsgebiet. Oder? Ja, so in etwa. Darf ich mich jetzt hier nochmal heilen? An diesem pinken Scheißdreck? Ach ne, ich darf hier lang. Okay. Äh ne, warte mal. Ich darf ja... Ach, leck mich, ey. So, ich darf ja hier oben... Ach ne, darf ich nicht. Ne, vergess das. Dann habe ich halt recht. Ich dachte hier oben wäre dieser Punkt, wo ich mich heilen und speichern darf, aber ist nicht. Dann laufe ich halt zurück. Ja, wir haben es irgendwie gesch... Das kann nicht sein. Ist das der Götterdrache? Sei nicht albern, es fühlt zu früh. Oh doch, das ist er. Dinniglads. 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 Jo, da haben wir. Oh, das ist aber nett. Das schaaffst du nicht mehr, oder? Wir haben keine Zeit zum zögern. Na dann mal los. Es geht mir gut. Oh, hat nicht funktioniert. Noch nicht. Wir glauben an Mero, an ihre Freunde. Ich möchte so gerne die Zukunft sehen, die Mero und ihre Freunde erschaffen. Geh schon, Dart. Oh, das sieht gut aus. 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 Komplett zerstört. Der Kristallpalast ist zerstört. Und da war Shana drin. Und die Königin. Genau. Ah ja, ich weiß. Ich muss speichern. Ich wollte eigentlich nur aus dem Speichern. Vielleicht darf ich ja jetzt hier. Oder ich darf hier in der... Ja, darf ich. Ist das alles spannend. Oh, 30 Stunden schon. Hm, nicht schlecht. So, Freunde. Äh, wir speichern mal hier. Das Virage haben wir... Ich glaube, wir sind zwei Level aufgestiegen. Kann das sein? Jawoll. Tatsache. Level 27. Geil. Ja, ob Shana es geschafft hat. Ob die Königin noch lebt. Und was da sonst noch abgeht. In Deningrad. Mit dem zerstörten Kristallpalast. Beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, tschüss.